Oh, ich brauche diesen Camcorder. Unbedingt. Ach, der macht meine Tür auf. Das ist ja ein netter Kerl. Ach, danke schön, Mann. Ich will zoomen. Ah! Oh! Da geht's gar nicht rein. Geh weg! Und da! Wo muss ich denn hin jetzt? Ich fand den Geist noch nie gruselig, muss ich sagen. Ach, da konnte ich trotzdem... Ah, da kann ich durch! Ja, Mann! Was gibt's denn hier Schönes? Ah, F? Ich wollte jetzt... Alter! Dass ich mich nicht wehren kann. Er könnte doch mit links zuschlagen. Mann, nervt mich das. Halt's Maul. Jetzt steht er hinter mir auf. Ich hab's gehört. Ja, was? Na? Alles fit? Herein. Oh, jetzt ist er zu, Mensch. Da ist doch jemand ohne mich. Schön. Da ist bestimmt jemand ohne mich. Oh, ich würde es sehen. Komm ich da nicht durch, oder was? Ah! Was war das? Hast du ein Kopf, oder was? Ach, Milu. Ach, geh weg. Alter! Verlang mich nicht an mit deinen verschmierten Drecksgriffeln. Batterie? Irgendwo? Ich konnte mich doch irgendwo verstecken, oder was? Warum... Kann der das nicht? Ist der ein bisschen... Oder was? Ja, geh weg! Dann schleiche ich halt, um diese Atmosphäre zu bewahren, die nicht da ist. Es ist keine Zeit für das Scheißdreck hier. Er soll mir den Schlüssel geben und fertig. Oh! Schaut sicher aus hier. Muss ich mich jetzt echt verstecken? Ah, Handschellen! Nein! Ich denke, er steht genau vor der Tür. Ja... Okay, geh weg. Nein! Ach, er schon wieder! Das muss ich unbedingt filmen. Der Geist, oder was? Oh! Ach, der Kettensägen-Typ schon wieder, oder was? Der ist ja mal saulangweilig, der Typ als Gegner. Ein Typ mit einer Kreissäge. Wow! Ist auch sau dumm, der Typ. Und stinkend gut auch. Bin ich schon wieder hier, oder was? Okay, das war jetzt nicht schlecht. Ja. Nee. Tss. Der Idiot mit der Kettensäge schon wieder. Er kommt bestimmt jetzt gleich irgendwo. Ja, da ist er! Geh weg! Der hat halt eine Kreissäge. Und... Das ist alles. Hehehe! Oh, shit! Da komm ich nicht. Da komm ich nicht hin. Was war es da? Er könnte sich einfach erschießen, ne? Mann! Ach, das mochte ich aber nicht hier draußen. Man hat mich halt echt einen Scheißdreck sieht. Das ist aber echt doof. Das mir so gar nichts sieht. Okay. Was war das? Ich bin in die Ruhe selbst. Nein! Nein! Stürzt der Stollen ein? Oh! Nein! Tür zu! Tür zu!